Yes, 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 that's good, nice, good. Can we get a little bit more dirt in her face? Mmh, great, yeah. Wir sind mitten drin, statt noch dabei. Nee, herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. I wanna quit! This is just not working for me. Ja, also das Projekt ist jetzt irgendwie hier real. Wie guck ich eigentlich an? Biss oder die Kamera? Okay. Und Kamera. Am ersten Drehtag waren wir bei mir zu Hause tatsächlich auf der BMX-Strecke da, wo alles zicke an. Noch mal, vielleicht ein bisschen schneller, oder? Wir können doch jetzt noch mal... Nee, ich will das jetzt aber. Es kann doch nicht sein, dass ich diesen kleinen Fischhuckel da nicht überspringen kann. Da kannst du ja anpedalieren wie eine Wani. Nur wenn es nicht klappt, dann ist halt gleich KH El Saverda. Ich will nicht ins KH. Vielleicht kannst du es mal vormachen. Ich bin kein Racer. Danach sind wir bei uns um die Ecke in den Tagebau gegangen, weil es da so coole... Ja, wie eine Mondlandschaft gibt und so einen geilen See. Und da haben wir die Szene mit den vielen Leuten gedreht. Größtenteils meine Familie. Was ist mit deinen Kameras los? Hier ist was kaputt. Was machst du jetzt eigentlich hier? Schön reinbrechen, das Ding. Oh ja! Ah Mann! Let's go! Komm, Kamera live, Baby! Eine schöne Finne. Hier, eine schöne kleine Finne runter. Halt mich weg! Also was muss ich jetzt machen? Du steckst eigentlich nur da und musst richtig keuchen. Ja. Wohl so. Einfach keine Fragen stellen. Ja, wettermäßig ist halt kalt. Also es sind mitten im November. Es ist aber nicht so der geilste Monat, um jetzt unbedingt mit einem Mountainbike-Projekt zu sterben. Ah, also bei Minusgraden schlägt sich selbst zwei Stunden nicht so geil. Meine kleine Heizung ist leider ausgefallen. Aber da passt das Projekt eigentlich ziemlich gut, um das halt alles irgendwie zu faken oder wie auch immer, weil oftmals ist es ja tatsächlich so, dass irgendwie von einem Kalender oder whatever geschootet wird und das eigentlich gar nicht im Sommer gemacht wird, sondern tatsächlich bei kalten Thermatoren. Die Models müssen leiden und die Filme müssen nicht irgendwas einfallen lassen, weil der Kunde oder das Magazine da irgendwie noch was braucht fürs nächste Jahr. Es ist gar nicht so einfach, diese Szenen, die wir uns überlegt haben, zusammenzukriegen. Also irgendwie sind es immer so kleine Snippets zwischendurch, die irgendwie noch gemacht werden müssen. Also mit diesem Greenscreen und dann haben wir irgendwie das mit dem Licht und dann haben wir irgendwie Matteo, wie er in seinem Zelt sitzt und Regie macht und das muss ja irgendwie hinterher alles zusammenpassen und das ist gar nicht so einfach, das zusammenzukriegen. Es klingt sehr, wie soll man sagen, ähm, episch. Hallo und herzlich willkommen heute zur Tagesschau. Das Wetter ist, ähm, bedeckt. Ähm, heiter bis wolkig. Hallo. Ja, hallo. 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 Hier übersteuern wir aber direkt schnell. Woran kann das liegen? Muss ich manchmal schreien? Ja, manchmal muss ich auch schreien. Kannst du fühlen... Scheiße. Ah, fuck off. Ist das was du... Hm? Ist das alles? Scheiße. Everybody... Windpause. Was kommt denn jetzt für ein Auto hier? Ich krieg die Matte. Ich kriege. Ich kriege. Ich kriege.